Borussia Dortmund hat mit dem 3 zu 1 Auswärtssieg beim AC Milan schon vorzeitig das Weiterkommen in der Todesgruppe in der Champions League gesichert und in diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen gelungen ist. Schon vor dem Duell dachte ich mir, dass das ein Spiel zweier recht ähnlicher Mannschaften ist. Einfach so von der Situation um den Verein, vom aktuellen Spielstil, vom Trainer und vom Spielermaterial passt da eigentlich vieles zusammen und ist recht ähnlich. Hat man auch im Hinspiel gesehen, da gab es ein 0 zu 0, also auch ein recht ausgeglichenes Duell und in diesem Spiel war die Ähnlichkeit erneut zu erkennen. Zunächst einmal die Grundformation bei beiden, ein 4-2-3-1, aber es war eben nicht nur die Grundformation, die ähnlich war. Wir gehen mal rein ins Bildmaterial und da haben wir zunächst einmal das Aufbauspiel von Milan, ein 4-2-Aufbau. Dortmund stellt es zu mit den Flügeln an den Außenverteidigern, mit zwei Spielern an den 2-8ern bzw. 6ern vor der Abwehr und der Stürmer attackiert die beiden Innenverteidiger allein. Und wenn wir auf der anderen Seite schauen, haben wir eigentlich das gleiche Muster, auch ein 4-2-Aufbau von Dortmund in dem Fall. Und Milan stellt es halt eben genauso zu, Stürmer, Giroud an den zwei Innenverteidigern und an den restlichen vier Spielern eben auch vier Milan-Spieler, auch wenn man den rechten Flügel in dem Fall nicht mehr ganz auf dem Bild hat. Also beide Mannschaften haben sowohl gleich aufgebaut im eigenen Ballbesitz, aber auch den Gegner gleich angelaufen bzw. hatten das gleiche Pressing-Schema. Des Weiteren sehen wir jetzt hier Dortmund gegen den Ball in einem klaren 4-4-2 bzw. 4-4-1-1, aber auf jeden Fall zwei Viererketten hinter den Offensivspielern. Und bei Milan hier genau das gleiche, auch ein 4-4-2, auch hier der Zehner, der eben vorne beim Anlaufen den Stürmer unterstützt und dahinter eben die zwei Viererketten. Was mir an dem Bild gut gefällt, ist auf jeden Fall, dass man das Spiel gut in die Breite zieht, auf Dortmunder Seite, in dem Fall Riason rechts, aber auch links hat man es komplett in der Breite. Und hier ein Zweieraufbau mit den zwei Sechsern davor, wo dann halt eben von den Offensivspielern sich immer aus der Sechserreihe hier einer gelöst hat, um dann kurz zu kommen. Wenngleich man sagen muss, dadurch, dass beide eine ähnliche und vor allem simple Herangehensweise hatten, die gut aneinander angeglichen war, sollte das Spiel dann halt eher über individuelle Qualität bzw. darüber entschieden werden, wer individuelle Momente besser nutzt und ausspielt. Und genau das war bei den ersten drei Toren der Fall in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Situation Nummer 1 nach dem verschossenen Elfmeter von Milan. Wir sehen es hier, Jamie Baino Giddens zieht links in den Strafraum gegen Calabria. Problem hier, hier sind inklusive Calabria eigentlich drei Milan-Spieler, die Baino Giddens attackieren könnten. Also zumindest einer sollte noch helfen, um ihn zu doppeln, weil in dem Umkreis ist halt eigentlich auch kein BVB-Spieler. In dem Fall ist es halt so, dass nur Calabria da ist. Dortmund hat also ein 1 gegen 1 Duell für Baino Giddens kreiert, der in diesen wirklich überragend ist. So zieht er dann eben das Foul aus einer eigentlich nicht wirklich aussichtsreichen Position, wodurch der BVB dann eben mit dem Elfmeter in Führung geht. Wobei man da auch noch sagen muss, er wurde auch oft echt gut gefunden auf dem Flügel. In dem Fall hat Benze Baini den Ball auf ihn gespielt, aber auch Schlotterbeck hat ihn des Öfteren gefunden, hat da Benze Baini sogar überspielt. Und umso schneller und unerwarteter man ihn finden konnte, konnte er halt eben auch mit mehr Tempo auf die Milan-Defensive zugehen. Und ihn hat man auf jeden Fall gut in diese entscheidenden Duelle gebracht. Auf der anderen Seite haben wir dann den Ausgleich von Milan. Und da müssen wir erstmal bei der Entstehung schauen. Wir haben hier das 4 für 2 von Dortmund gegen den Ball. Benze Baini zieht dann eben raus auf Calabria, der hier den Pass erhält. In dem Fall wäre es wohl besser gewesen, wenn Baino Giddens drauf schiebt. Denn wir sehen zwischen Baino Giddens und Benze Baini geht Schuguesse schon in die Tiefe. Dann muss eben Baino Giddens ihn verfolgen, weil auch Schlotterbeck nicht rausziehen kann, da er mit Loftus-Cheek auch schon einen Gegenspieler hat in dem Fall. Die Dortmunder doppeln dann mehr oder weniger Chuguesse noch, aber Benze Baini ist mehr oder weniger der äußere Spieler, kommt nicht mehr wirklich dran. Baino Giddens muss dann halt im eigenen Strafraum sogar fast verteidigen. Ist jetzt natürlich nicht seine Spezialdisziplin. Chuguesse macht es dann überragend, er zielt den Ausgleich. Aber das wäre auf jeden Fall zu verteidigen gewesen, wenn man sich schon in der Entstehung ein bisschen besser positioniert. Aber zeigt erneut, wie wichtig diese 1 gegen 1 oder sogar 1 gegen 2 Duelle waren in dem Spiel, weil es da halt wirklich auf diese Momente ankam. Schauen wir jetzt aber mal noch auf das 2 zu 1, den erneuten Führungstreffer für Dortmund, der wirklich herausragend rausgespielt war. Und das war mal ein Moment, wo in dem Spiel, wo es eigentlich auf Einzelleistungen ankam bis jetzt, die Mannschaft wirklich einen guten Spielzug hervorgebracht hat, der dann letztendlich auch ziemlich spielentscheidend war. Wir sehen es hier in der Entstehung. Wir haben 4 Dortmunder, die die rechte Seite überladen. Milan geht das Ganze tatsächlich gegen den Ball mit, haben hier 5 Spieler in dem Bereich. Während wir unten sehen, 2 Dortmunder und 3 Milan-Spieler, wobei sich Cucuese eher für Benze Baini verantwortlich fühlt, der am unteren Bildrand so ein bisschen ist, falls der halt eben einen späten Lauf in die gefährliche Zone machen würde. Aber wir schauen erstmal weiter. Reus löst sich dann eben, spielt den Ball in die Mitte auf Füllkrug, der sich eben fallen lässt. Sabitzer geht den entgegengesetzten Weg, also wirklich eine gute Bewegung von den 2 Spielern. In dem Fall zieht Füllkrug eben seinen Gegenspieler, ich glaube, Grunic müsste es sein, mit seinem Laufweg raus aus der 4er-Kette, kreiert dann eben, wenn wir ein Bild weitergehen, einen Raum, in den Sabitzer mit seinem entgegengesetzten Lauf hinein startet. Füllkrug spielt dann den Ball auch genau in den Raum, in den Sabitzer hinein startet und den er ja kreiert hat, mit seinem Lauf, aus dem er gestartet ist. In dem Fall ist Baino Gittens hier links noch gar nicht involviert und den Milan-Spielern ist auch gar nicht so wirklich klar, wer für ihn zuständig ist. Cuguesse orientiert sich eher an Benzebaini und Calabria geht, wie wir im nächsten Moment sehen, dann eben raus auf Sabitzer, um Druck auf den auszuüben. Somit wird aber Baino Gittens frei. Calabria kann den Ball nicht blocken, den Sabitzer dann erhält und auf Baino Gittens weiterleitet, der dann eben frei ist, weil Cuguesse, wie vorhin gesagt, sich eher auf Benzebaini konzentriert und nicht in die letzte Linie fallen lässt. Und dann kann Baino Gittens eben abschließen ins Tor, er zielt somit mit seinem ersten Champions-Sieg-Tor einen extrem wichtigen Treffer, bei dem Magnon nicht wirklich gut aussieht, wie auch beim 3 zu 1, das dann vor allem die Konsequenz dessen war, dass Milan aufgemacht hat, aber dennoch auch echt gut ausgespielt war von Dortmund, auf das ich jetzt aber nicht noch näher eingehen werde, weil ja, da wurde es dann ein bisschen leichter, weil die Räume größer wurden, aber dennoch gut ausgespielt. Kompliment an Dortmund, bei denen man vor allem sagen muss, man hat es dann am Ende mit der Führung im Rücken, mit einer ungewohnten Kontrolle mit Ball, also im eigenen Ballbesitz runtergespielt, gegen aber auch ein ungewohnt schwaches, weil vor allem dezimiertes Milan. Ich meine, die hatten dann nur noch einen Innenverteidiger zur Verfügung im Kader. Dortmund dann am Ende tatsächlich auch, wobei Milan eigentlich viel mehr Innenverteidiger im Kader hat und aktuell wirklich schwer mit Verletzungen zu kämpfen hat, vor allem offensiv im Sturmzentrum, Schiru war jetzt zurück, aber da fehlen echt einige Spieler und vor allem ja wichtigster Spieler mit Rafael Leão. Abschließend kann man sagen, durch die ähnlichen, aber taktisch jetzt nicht anspruchsvollen Matchpläne der beiden Trainer, haben sie sich eigentlich darauf festgelegt, dass wenn man es gut verteidigt, eigentlich nur einzelne Momente das Spiel entscheiden werden und genau so war es dann eben auch. Erst zwei Dribblings von einem Einzelspieler und dann eben bei Dortmund der top herausgespielte Führungstreffer zum 2 zu 1, der dann eben das Spiel entschieden hat, also da wirklich mannschaftlich geschlossen eine Top-Leistung. Auch defensiv war es eigentlich gut bei Dortmund, teilweise nicht ganz so, stand man ein bisschen hoch, gerade als Schlotterbeck gefehlt hat und man nur noch Hummels und Can in der Innenverteidigung hatte. Aber alles in allem wirklich ein gelungener Auftritt, auf den man auf jeden Fall aufbauen kann, beziehungsweise könnte, denn der nächste Gegner ist Leverkusen und die sind schon nochmal auf einem ganz anderen Niveau wie Milan unterwegs, auch wenn Milan Champions League spielt und Leverkusen nicht, aber das sind schon nochmal Welten und generell hat der BVB eben in der Champions League ein ganz anderes Gesicht wie in der Bundesliga gezeigt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zu dem Spiel hier in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!